Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen, ich bin Oliver Lührer, der beste Vlogger im ganzen Univers... Komisch. Seit einer Woche verstellt irgendjemand all meine Sachen. Es war sicher Trebi, die will, dass ich es dem Papst erzähle und er denkt dann, dass ich verwirrt bin. Ulrich ist erst Nini, das ist Pubertät, das sind Hormone. Aber heute Nacht schliessen wir das Zimmer ab. Die schiesst schon an, wenn sie ihn will und sie ist abgeschlossen. Hahaha! Check! Alles wie gestern. Aber das Poster war doch gestern nicht verkehrt herum, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Das kann ja gar nicht sein. Wie hat Trebi das gemacht? Vielleicht hat sie den Schlüssel nachmachen lassen. Oder sie kann ein Schlüsse knacken. Nein. Hä? Hä? Ah! Das macht ja alles gar keinen Sinn. Wieso sollte Trebi ihre Sachen zum ihres Zimmer tun? Vielleicht bin ich wirklich etwas verwirrt. Papi! Ich glaube, Oli hat meine Unterhose geklaut. Rebi! Wieso soll der Oli so etwas machen? Oli, was soll das? Lass mich doch nicht fertig machen! Sie hat ihr Zeug extra zu mir ins Zimmer tun, damit es aussieht, als ob ich verwirrt wäre. Oli, mach sofort auf! Nein. Oli. Oli. Früher wurden die Verbrecher immer gefeiert und gefedert. Oli. Das gibt eine Falle. Wenn Trebi heute Nacht hineinkommt, fällt alles auf sie. Oli. Und dann ist sie gefeiert und gefedert. grün, auf einmal auf sie. Oh! Hallo, ich höre. Ist das ja nicht so, wie Sie das machen? Was ist das denn? Du bist gut und wirst nicht so, wie mir so eines applicant geschlafen! Einfach das! dass ich nicht verwirrt bin. Das ist normal. In der Pubertät. Schocky-Creme. Tschau zusammen!